Eiskalt, 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 dann taue mich auf. Eiskalt, stepp ich im Club mit meinen Jungs. Eiskalt, alles gefriert auf uns herum. Eiskalt, trau mich auf, Girl, ich will's sehen. Eiskalt, kann ich deiner Hitze widerstehen. Ich seh sie reinsteppen, seh die Sonne. Ja, einen wunderschönen guten Abend aus dem Janssens Tanzverlust. Herzlich willkommen zu Spring Break 2010. Der Partykult aus den USA geht hier bei uns weiter. Wir holen den Sommer hier zu uns in den Janssens Tanzverlust. Draußen haben wir ja schon sehr schöne, angenehme, warme Frühlingstemperaturen. Das wirkt sich auch auf unsere Gäste aus, ja. Also, wir sind heute alle im Flirtlaune, das passt ja auch immer, wenn man in der Disco ist. So, genug geredet. Wir haben Spring Break, wir haben ganz tolle Sachen für euch vorbereitet. Unter anderem für zwei Salitos bekommt ihr eine Hawaii-Kette und die Frau, die nachher am meisten Hawaii-Ketten hat, die bekommt, ja, die wird Miss Salitos. Ist das nicht toll? Ja, außerdem haben wir den Wet T-Shirt Contest und wir haben heiße Tänzerinnen und wir haben sexy Rollergirls und Shake Your Ass Dance Session. Also, ihr seht schon, wir sind auf alles vorbereitet. Letztes Jahr war die Party, die Spring Break Party 2009, die war ja schon ein Megahammer. Ich glaube, das können wir toppen und ob wir es toppen können, ob wir es tatsächlich toppen können, das gucken wir jetzt. Ich freue mich auf die Party und ich gucke jetzt einfach mal, wie die Stimmung drin ist und viel Spaß bei dem Video. Ja, zu einer richtigen Spring Break Party. Wir hören natürlich auch Limodance, Limodance haben wir natürlich für den ganzen Transparenz. Was haben wir denn auch nicht? Wir gucken einfach mal eben den Jungs hier über die Schulter. Ja, moin hier. Hallöchen, Popöchen. Guck jetzt einfach mal hier, wie die das machen. Ja, also Weltklasse, oder? Hundertprozentig, hundertprozentig. Die Haltungsnoten sind sehr, sehr gut. Ja. Vor allen Dingen ab und zu die Telemark-Landung. Soll ich dir mal die Telemark-Landung kommen? Ja, komm, zeig mal. Pass mal auf, die Telemark-Landung. Also manche Leute, die haben es richtig gut drauf. Endlich jetzt. Eiskalt, stepp ich im Club mit meinen Jungs. Eiskalt, alles gefriert auf uns herum. Eiskalt, trau mich auf, girl, ich will sehen. Eiskalt, kann ich deiner Hitze widerstehen. Ich seh sie reinsteppen, seh wie sie heiß lächelt. Doch ich bleib kühl, denn ich weiß, sie will das Eis brechen. Sie sieht bezaubernd aus, was für ein Traum von Frau. Die kleine Weiche macht nicht heiß, doch ich trau mich auf. Ja, wir beide sind bis 23 Uhr durch die Kasse gegangen mit Sonnenbrille und haben freien Eintritt kassiert, oder? Ja. Ist das nicht toll? Ja, natürlich, ich war auch schon früh genug hier. Und warst hier? Dann war ich hier, um Viertel vor zehn ungefähr. Und war in die Stimmung? Ja, war noch nicht viel los, aber so ganz gut. Was verbindest du mit Sommer? Worauf freust du dich am meisten? Auf die Grillabende mit meiner Familie und meinem Freund. Und dass man richtig schön Party machen kann. Auf Menschen in Bikinis. Auf die Sonne auf jeden Fall. An die schönen, grauen hier, so Mini-Rob und so. Und natürlich auf Jansen, weil da die besten Partys laufen. Auf Jansen Kassballage, Party machen! Juhu! Ja, das ist Spring Break 2010. Letztes Jahr hatten wir schon so eine legendäre Party. Das hier sind die beiden Checker. Moin erst mal! Moin, was geht ab? Hey, alles klar? Hey, zufrieden, diese Mann! Ihr beide habt das Motto beim Bord genommen. Du hast die Sonnenbrille auf. Du hast dafür freien Eintritt bekommen. Freust du dich? Ja, normal. Jansen, er muss freien Eintritt bekommen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall hiermit ein großes Dankeschön am Party und seinen Bruder. Und an seine Mama an der Kasse. Wir sind heute umsonst reingekommen von Tante. Dankeschön! Ja, mittlerweile ist es Spring Break 2010 auf Hochtour und es bringt richtig Spaß hier bei uns. Wie man auch sehen kann, hier wird nachher der Wend-T-Shirt-Contest stattfinden. Ich freue mich schon tierisch drauf. Ich frage mal, ob die Kollegen, wie die Stimmung ist. Hallo! Hallo! Wie ist die Stimmung? Absolut geil, Leute! Ja, ihr hört uns schon. Also, ihr geht's ab. Die Stimmung ist geil! Ja. Spring Break! Spring Break! Schul Break! Spring 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 Break! Back to the time when you and me had just begun. When I was still your number one. Well it might seem perfect baby girl, but it can't be done. I got this feeling fire blazing and it hot just like the sun. Now you feel it too. My girl just freeze up, man, the good vibes run. Katze, Katze, Patze, Champagne, Ticker, Licker, Tim, down my lane, my girl, while you know seven eyes, I want to see you Herzlich Glückwunsch! Dankeschön, ich bin sehr erfreut! Ja, also ich stell mir grad so die Frage, oder ich hab mir die Frage gestellt, was bewegt denn dazu, man sieht die Dusche hier im Hintergrund, was bewegt denn dazu, sich auszuziehen und, ähm, unter so einer Dusche zu tanzen? Naja, vielleicht brauchen wir mal mit dem Duschen in der Disco. Wie mit dem? Vielleicht brauchen wir mit dem Duschen in der Disco. Du brauchst ein bisschen Duschen! Ja! Eine kleine Abkühlung ist ja auch manchmal nicht verkehrt, ne? Liebe das? Ich sag, eine kleine Abkühlung ist ja manchmal nicht verkehrt. Ja. Ja, sehr, sehr gut sah das aus. Du hast jetzt eine Reise nach Florettema gewonnen. Ja, genau, das freut mich voll. Party, Metropole überhaupt, also ein Komi für dich. Richtig geil, wie nimmst du mit? Liebe das? Wie nimmst du mit? Meins Freund. Willst du ihn grüßen an dieser Stelle? Liebe das? Willst du den grüßen an dieser Stelle? Weiß nicht genau nicht. Weiß nicht genau nicht. Weiß schon nicht. Alles klar! Sandra, ich wünsch dir denn viel Spaß noch! Danke sehr! Und grüß dich! Ja, das ist die Spinback 2010. Hier bei uns im ganzen Tanzballast. Jedes schöne Event ist ja immer zu Ende. Auch vieles. Man sieht schon, es geht zu mir als die Sache hier. Und die Männer, die haben ganz schön was zu gucken. Das war die Spinback 2010. Nächstes Wochenende haben wir West Up Your Saturday Night. Hier bei uns im ganzen Tanzballast. Wir haben ziemlich viel zu bieten. Und ja, by the way, Come doing Quiz 23.30 Uhr. Wir haben dann diese VIP-Launch endlich fertiggestellt. Und ja, es wird der absolute Hammer. Ich freue mich auf euch. Und bis zum nächsten Wochenende hier bei uns im ganzen Tanzballast. Wunderschanka! Weiß dran! Vonчески? Es ist anfangen zu sein! Vora choses le elementary einmal, Wenn wir die Fußball Dochautomlauf moons malen. Ach, wir können auf jeden Fall hier die Fußball irony weiter bezahlen. Auch wenn eine Spinback来 versuchen,